AHHHHH 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 WUAH WUAH Ju, in dem Game geht es darum, es gibt eine Oma und ein Baby. Ich nehme den Grandson und du nimmst bitte die Granny, okay? Dann bist du jetzt die Oma und ich bin das Baby und ich muss aus dem Haus entkommen und ich muss die Oma umbringen, okay? Du musst jetzt verhindern, dass ich dich quasi... Oh Gott, die Oma ist gestorben. Warum das? Was geht los? Pass auf, du hast als Grandmother hast du so ein paar Aufgaben, ja? Die du machen musst. Und ich muss mich daran hindern und du musst mich daran hindern, dass ich abhaue. Ey, ich bin übertrieben langsam. Ja, du bist ja eine Oma. Ah, Stromausfall. Ja, Leute, ich weiß, wir müssen dir ein anderes Level nehmen sollen. Kann ich springen? Irgendwas? Wir haben außerdem das Lachlevel genommen. Ja, Leute, ich häng schon in der Tür fest. Lass mal ein anderes Level spielen, oder? Wir sind bei Drachenlord zu Hause, schreibt einer in den Chat. Du musst deine Aufgaben machen, ich muss dich daran hindern und du musst mich daran hindern, dass ich quasi entkomme und dass ich halt dich töte. Also ich muss dich eigentlich nur umbringen. Ich bin ja unendlich langsam. Warum bin ich die Granny? Ich habe doch null Chance gegen dich. Doch, hast du, hast du, hast du. Das ist das unfairste Game ever. Nein, Digga, das funktioniert so. Glaub mir, ich bin gleich auch mal die Granny. Ey, ich... Was ist denn? Die ist ja komplett kaputt hier. Die Granny? Lass die doch, Alter. Oh Gott, Alter, das dauert ja Jahre, bis ich da bin. Digga, das ist so wack. Okay, und ich muss dich jetzt umbringen. Und du kannst dich aber immer wieder heilen, ne? Und wenn du deine Sachen nicht schaffst... Oh, ich kann sprinten. Ja, aber nur kurz. Da bist du. Du bist kein Stück Scheiße. Alter, voll creepy einfach. Ich töte dich, Alter, ich töte dich. Oh! Was, du... Ich mach dich fertig, ich bin Goliath einfach. Wie kann ich dich angreifen? Ja, ey, du bist ja halt unendlich mal schneller als ich. Hilfe! Ich muss dir einfach gießen. Headshot! Alter Schwede! Das... So gehst du mit deiner Oma um. Was ist das für ein Spiel? Hau ab, Alter! Digga, du bist so ein Stück Scheiße einfach. Ehrenloses Kind, Alter. Bastard-Oma. Ich hasse diese Oma so. Ich hau ab, Alter, ich muss Pflanzen gießen. Ne, 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 Digga, ich werde dich daran hindern. Ich werde dich daran hindern, dass du... Was bist du für ein Dreckskind? Oh! Oh! Alter! Ey, warum hab ich die Granny, Alter? Das ist so unfair das Spiel. Ist das doch nicht dein Ernst? Hm! Bro, du musst gucken, ne? Irgendwann bist du tot. Alter, was soll das? Was soll ich denn machen? Du kannst mich greifen, Digga. Du kannst dir Taser und sowas nehmen und mich daran hindern, dass ich dich umbringe. Was denn? Ich erreiche dich doch gar nicht. Du müsst dich freiwillig zu mir kommen und dich umbringen lassen. Nein, Bro! Du kannst dich auch wieder heilen. Es gibt überall so Sachen, womit du dich heilen kannst. Boah, jetzt gibt's auf die Fresse, Alter. Ich schlage dich jetzt so behindert, Ju. Hm! Ah! Aua! Du Bastard! Junge! Komm her! Komm zu Oma! Komm kuscheln! Komm Küsschen, Küsschen holen! Ich geb dir auch 100 Euro! Komm! Alter, du dumme Sau, Alter! Du kannst dich wieder mit Tabletten, kannst du dich wieder heilen, ne? Ich hasse dieses Spiel so sehr! Oh mein Gott! Es macht so Bock! Es macht von beiden Seiten richtig Bock! Wo bist du, mein Enkelchen? Loll! Dein Kopf hat's einfach nicht genommen! Ah! Gib deine Oma ein Küsschen! Ah! Wo bist du, wo? Hör auf! Ehhh! Aua! Ich... Oh, geil! Hier in die kleine Tür rein! Und ab dafür! Boah, die sieht aber auch gut unheimlich aus, muss ich sagen, ne? Jetzt, jetzt bring ich dich um! Ich bring dich um! Jetzt wirst du gestochen! Wo ist deine... Oh, da bist du, Alter! Du Scheiße! Hilfe! Ah! Nein! Au! Was soll das? Ah! Lass mich in Ruhe! Alter, hast du ein Messer? Nein! Ah! Dreckiger Hund! Ich werde dich jetzt mit was anderem abwerfen, Junge! Oh ja! Ich werde dir das Leben nehmen, Junge! Dreckige Oma! Ich hasse dich! Demente Stück Scheiße! Ich bring dich um! Jetzt, jetzt wirst du gesnipet! Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ausgewichen! Ich bin einfach ausgewichen! Dreckige Oma! Ich weiß nicht, wie ich ausweiche, Alter! Was?! 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 Was war das für ein Ninja-Move?! Was war das denn? Aber ich hab... Also ich hab nichts verloren! Aber ich bin übertrieben gestolpert! Komm her! Komm schmussen! Nein! Aua! Nein! Ja! Guck, 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 guck! Guck! Kleine Oma! Oh mein Küsschen, Küsschen! Bastard, Oma! Ich hasse sie so! Ich hab so Angst vor dieser Oma, ne? Meine Oma... IRL! Noch schlimmer! Ach, du hast so eine Mini-Wohnung hier unten! Da komm ich doch nicht rein! So eine Mini-Wohnung! Wie Feige ist das denn? Du kleiner Feige, komm raus! Oh! Ehre genommen mit dem Messer inzwischen die Beine! Ich würde dir gern was zeigen! Nein, Oma! Ich will nicht! Ich würde dir gern was zeigen! Ich komm zu dir runter! Wo ist das hier? Ey! Chill mal deine Basis, du kein Stück Scheiße! Komm raus! Ey! Versteck dich nicht! Du bist ein Camper bist du! Sniperst du mich da von dieser kleinen Mini-Wohnung da auf? Mini-Wohnung, sagt er! Stell dir mal vor, dieser Raum hier ist so krank! Das ist einfach so ein Raum voller Waffen! Da kommt nur das Kind rein! Ha! Aua! Oma, hab ich dich getroffen? Ich bin bewusstlos! Ich hasse sie, ich will keine Oma mehr sein! Na Bro, du musst deine Aufgaben machen! Gieß die Blumen! Ja, ich mach jetzt meine Aufgaben! Ich geb dir ein bisschen, ich geb dir noch was Zeit, okay? Richtig Chucky die Mörderpuppe! Alter, was hast du denn jetzt da gefunden? So ein Schwert? Eine Fackel? Was ist das? Wo hast du die ganzen Waffen her? Alter Schwede! Boah, ich bin wie direkt aufgestanden! Hat das einfach! Hat das einfach! Ich hab's einfach im Rücken! Du musst, guck mal, du musst mehr von den Tabletten fressen! Ich muss ein Scheiße, Alter! Ich werd dich töten jetzt! Das ist keine einzige Mission! Das sind die Blumen! Was bringen mir die Blumen? Ja, wenn du deine Aufgaben erledigt hast, hast du gewonnen! Komm her! Nein, Oma! Nein! Nein, Oma! Du musst schlafen gehen! Ich kann mich doch nicht ab! Wie bist du auf die andere Seite gekommen, Alter? Du bist so unfair! Dieser Charakter ist so unfair! Wird three of du was machst! Nrgh! Wir switchen mal kurz! rollen, ja? Was ein Drecks-Game, meine Güte! Okay, oh mein Gott! Dunkel Level! Och, nö! Ich bin einfach hingefallen schon als Oma! Okay, ich mach jetzt meine Aufgaben hier! Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott! Oma! Ich hab Angst, Oma! Äh, ja, ich kann dir grad nicht helfen, kleiner Junge! Es tut mir voll leid, aber ich bin jetzt erstmal kurz was machen. Mein liebster Sohn. Lass die Oma mal bitte in Ruhe. Oma, wo bist du? Oma ist gerade scheißen. Oma, was geht? Oma ist gerade kacken. Oma kann nicht. Lass Oma in Ruhe. Du kleines... Dreckskind, Alter. Aua, nicht hauen. Fresse! Ich erledige gerade meine Aufgaben. Ja, wo bist du denn? Das geht nicht ein sch***er, du dummes Kind. Ich sag mal so. Ich seh halt auch nichts mehr. Das Licht geht jetzt gleich an. Ist das so? Und dann wirst du... Nein, jetzt wirst du nämlich verlieren. Ist das Licht jetzt an? Nee. Hä? Ich hab's gemacht. Ich hab's auch angemacht. Warum geht denn das Licht nicht an? Ich hab das doch angemacht. Alter, dieser Bastardsohn. Okay, Ju, ich geh jetzt in die Garage, ja? Du musst mich halt töten, ne? Ich find dich ja gar nicht mehr. Ich komm hier nicht mehr raus. Was bist du denn für ein dämlicher Idiot? Wo bist du denn? Hey! Hello there. Boah, du hast einen Taser, Alter. Boah! Alter, die Panikattacke. Ich mach die Robbe gerade. Oh Mann. Hal ab. Verpiss dich. Ich hab Angst und Hunger. Verpiss dich. Also so, wenn das Licht an ist, ist es vorbei. Ja, warte, lass nochmal ein anderes Game machen. Ja, lass nochmal ein anderes Level. Alter, das war schrissig. Man sieht echt gar nichts. Okay, du hast das Game langsam gerefft, oder? Ich hab's gerafft, ja. Lass mich einfach bitte in Ruhe, okay? Oma, ich hab auch ein paar Angst. Nein, du brauchst keine Angst haben, mein süßer Schatz. Was? Jetzt verstehe ich das Spiel. Wie hast du mich da getroffen, du kleiner Bastardsohn? Alter, ich hab dich weggesnippt. Oma, für dich. Alter, ich mach dich so schnell platt jetzt. Jetzt kommt die Roche. Rako, Schultz, was geht ab? Wow, wow, Alter, was hast du für ein Spray? Boah, shit, shit, ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Weg mit dir, Junge. Du hast mich auch getreten und ich fliege blind. Alter, wo hast du mich hingetreten? Lass mal die Oma in Ruhe, komm, lass mal die... Mann, du... Alter, hab du mich hier runter... Du Bastard, Alter. Dab, 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 guck mal, ich dab einfach. Oh, shit. Alter. Durch die Tür getreten? Ey, lass die Oma in Ruhe. Oma will doch nur die Blumen... Du kleines... Ich will doch nur ein bisschen spielen. Du dreckige... Sohn, komm da runter. Ich hasse dich, deine Eltern hätten dich abtreiben sollen. Nicht böse gemeint, mein kleiner Süßi. Dab, 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 dab. Oma, für dich. Alter. Wie, hinter der Ecke gecampte, hast du gemerkt? Wer kennt sie nicht, die kämpende Oma. Ey, du Dipshit, Junge. Alter, du hast mich trotzdem getroffen. Ja, natürlich, ich bin auch eine krasse Oma, Junge. Verpiss dich jetzt, Mann. Wie hast du vergessen, Oma? Wie triffst du mich denn, du Missgeburt? Ich bin der Sniper, Sniper Baby. Ich bin der Oma-Sniper, Junge. Boah, ich hab ein Salto gemacht. Doch nicht. Oh mein Gott, Oma. Hör auf, Mann, du Missgestalt. Es nimmt die Tabletten nicht. Oma, nehm die Tabletten. Es ist verbackt. Oma, für dich. Du. Es ist so viel geiler, ein Baby zu sein. Au, ich bin Treppe runtergefallen. Hilfe, mein Sohn. Bitte, Oma ist die Treppe runtergefallen. Alter, shit. Oh, nicht getroffen. Ich bin ausgewichen. Das XX-Sniper-Oma ist am Start, Alter. MLG-Oma. Ich hoffe, dass deine Mutter stirbt. Das ist zwar meine Tochter, aber es ist mir egal. Nein, lass mal die Oma jetzt in Leben. Komm. Oma, bist du draußen? Geh dich einen Scheißdreck an. Ja, komm. Trau dich, du Bastardsohn. Komm. Komm. Komm raus, mein Enkelspast. Mein Enkelspast. Ich steh hinter dir. Hä? Stimmt nicht. Ah! Alter, der hat gesessen, Alter. Von wo? Von wo hat dieses Dreckskind gethrowt? Gethrowt. Von der Garage. Ich hab ihn nicht gesehen, den kleinen Bastard. Der hat mich umcirkelt, Alter. Er hat umcirkelt. Du kleiner Bastard, komm mit dem Messer weg. Verpiss dich. Ich geh da nicht raus. Ich geh durchs Fenster. Ist mir egal. Du kleiner... Und richtig sehr lang. Nein! Ah, meine Augen! Oh mein Gott. F***ing outplayed. Oh mein... Steh auf, du dumme Sau! Ah! Ah! Ja! Oh, oh! 20 HP! Du Sch***erl! Du Sch***erl! Das Game ist echt verstörend. Ich hab ein Messer in der Titte stecken, wegen dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oma, wo bist du? Du dreckige Sch***erl. Du bist der letzte Enkelsohn. Du bist einfach das letzte Stück Sch***erl, Alter. Ich hasse dich. Du bist wirklich einfach ein Sch***erl, Enkel. Verpiss dich jetzt. Nicht im Chat gucken, wo ich bin. Nicht im Chat gucken, wo ich bin, Ju. Oma, wo bist du? Ich bin im Keller, Julian. Oh mein Gott, Leute. Ich glaub, wir schaffen's. Er ist das dümmste Baby der Welt. Wirklich. Er ist so schlecht. Er ist so ein schlechtes Baby. Das ist insane. Oma muss gerade Hausarbeiten machen. Ich muss gerade meine Wäsche zusammenlegen. Mein süßer kleiner Fratz. Nicht jetzt schon wieder, oder? Fuck, ich wusste es, Mann. Dreckige Bastard, Oma, Alter. Kann dir so Oma eigentlich springen, ne? Wow! Was? Was? Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy S***er, was war das, Junge? Was war das? Oh mein Gott. Ich hab einfach eine Granate in den Rücken bekommen. Alter, wie das gefetzt hat. Oma ist ja mal komplett raus, Junge. Das S***er hat einfach eine Granate auf mich geworfen. Verpiss dich. Boah. Boah. Aus dem Fenster. Aus dem Fenster. Digger, das geht. Verpiss dich doch. Dummes S***er, Kind, Alter. Können wir es auch schaffen? Ja! Krass. Ja! Oha. Ja, Junge. Oh mein Gott, ist das ein... Oh mein Gott. Alter, ist das hart, alle Aufgaben zu erledigen. Oh mein Gott. Doch, schweres Dakt aus, Kind. Ehre genommen, Alter. Digga, wie diese Granate mich weggef***ert hat. Was war da los, Alter? Komplett krank. Aber es ist ein crazy Game, ne? Es ist ein crazy Game. Das war echt witzig. 'll be правда. Musik Musik O Joaquin